Hiho und willkommen zurück, mein lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zur Spellforce, die Order of Dawn. Ja, wir warten jetzt gerade auf unsere Ersatztruppen, Entsatztruppen, wie auch immer. Oh, die ganze Karte ist wieder schwarz, das heißt wir sehen nicht, wenn Gegner unsere Basis ergreifen. Auch schön. Das heißt wir müssen das hier schnell hinter uns bringen. Zu euren Diensten, alles klar. Und am besten will ich mit ihm mal rumschauen gehen. Wir sind in Gefahr. Oh, da kommt ganz so wie es von Haufen gerade. Es sind zu viele. Die Rune befiehlt, die Rune ruft. Zu euren Diensten. Für das Licht. Stehe bereit. Ups. Die Rune ruft sie an. Ja, was ich sagen wollte, bevor ich gerade wieder ausfahre, was ich festzeuge habe, ist... Wie sieht es gerade hier aus? Jetzt, da ist es in Ordnung aus. Also ich wundere, wenn mal ganz kurz der Bildschirm schwarz geworden ist. Ich habe aus Versehen, ähm, aus dem Spiegel geklickt, ja. Was soll ich tun? Nicht die Feuerwerfer. Feinde, zu den Bögen. Wohin soll ich gehen? Die Rune verzieht vorwärts, Krieger. Zu Befehl. Rasch wie der Wind. Zu euren Diensten. Für das Licht. Wo wieder Respawn. Schließt die Reihen. Zu euren Diensten. Für das Licht. So, der Spawner sollte jetzt Geschichte sein. Die Rune befiehlt. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Wohin soll ich gehen? Ja, das ist auch. Was wünscht die Rune? So, das heißt, du erkundest erst mal weiter. Oh, der Spawner da unten, der wird etwas schwieriger. Die Rune ruft. Mein Rasch wie der Wind. Schnell wie ein Pfeil. Zu Befehl. Auf dem Weg. Ja, das heißt, die Tür wird da weg und dann müssen wir doch gucken, was da hinten ist. Und ja, wenn ein Gegner kommt, dann kommen sie von hier. Mein Burgen für die Rune. Zu euren Diensten. Alles klar. Schickt sie zum Seelenfluss. Wohin soll ich gehen? Okay, und wir haben schon eine Elfe verloren. Eine Nahkämpferin. Mein Burgen für die Rune. Ich höre. Es sind zu viele. Befehlt. Vorwärts, Schwestern. Schlagt sie zurück. Zu Befehl. Genau, da kommt der Gegner her. Also gehen wir mal kurz da hin. Wohin soll ich gehen? Die Rune ruft. Wird sofort ausgeführt. Wir brauchen Ersatz an Wachen. Verstanden. 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 Unverzüglich. Da oben liegt jemand. Da würde es, glaube ich... Ne, da geht es noch in ein anderes Lager. Da geht es in das... Ne. Zu befehl. Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Ich höre... Das heißt, noch eine Wache? Ach, der da haben wir uns entdeckt haben. Die Rune befiehlt... Zu befehlen! Die Rune befiehlt... Unverzüglich! So, da können wir mal gucken an Opal. Die grüne Rune, niederringender Magier, leichter Kampfdorch bei dir. Unverzüglich! Nebelquarz, Orkdorch, Kunstschwerter bei dir. Hier wird Steine. Zu befehlen! Auf dem Weg! So. Also ja, von hier könnten noch Gegner kommen, aber im Augenblick spawnt hier nichts. Hier ist ein Seelenfels, den wir benutzen könnten. Dann könnten wir uns nämlich auch hier wieder zum... ...Lordkommandanten wegen der Nebenquestporten. Die Rune befiehlt... Ja, gut. Zu euren Diensten! Alles klar! Zu befehlen! Unverzüglich! Und ja, hier sind zwei, drei Ochs. Für das Licht! Und da ist das Portal in den Wittladenpass. Das wir nie und nimmer einnehmen können. Einen Rankenwuch unter dem Brunnen steht hier. Er gleicht einem Altar. Im hellen Wasserschimmer und Blätter der Lenya-Pflanze. Okay, mit dem können wir noch nichts anfangen. Ein Verriegelungsmicht hat es so sehr die Kiste verschlossen. An der Vorderseite sind drei Drehknöpfe angebracht. Okay, auch hier können wir, glaube ich, noch nichts mit anfangen. Befehlt! Und ja, das hier ist nur eine riesige Armee ohne ein... Bereich! Und los! Das heißt, das letzte... Der letzte Sporder ist hier. Und los! Folgt mir! Vorwärts! Äh, nein, nicht da unten. Schnell! Bitte hier oben. Wohin soll ich gehen? Ja, und ich porte mich mal in der Gegend rum. Also von hier scheint wirklich nichts zu kommen. Botherhammerfall. Oh, der ist ziemlich stark. Mit Level 16. Klingenwirbler, Feuerteufel, Veteranen. Ah, Schielflüchtlingslager. Geben wir den Truppen erst mal den Befehl. Zu euren Diensten. Alles klar. Verstanden. Nämlich hier hinzugehen. Seid gegrüßt, Freund. Ja, gehörte diese Kette eurer Frau? Gehörte diese Kette eurer Frau? Ihr Götter. Dann ist sie tot. Einer der Orgführer trug diese Kette bei sich. Einer der Orgführer trug diese Kette bei sich. Er muss sie von dem Verräter bekommen haben. Findet ihn. Findet ihn. Findet den Mörder. Er hat mir meine Frau und meine Ehre genommen. Würde meine Pflicht als Lordkommandant mich nicht binden, ich würde ihn jagen bis ans Ende der Welt. Eure Frau wird gerecht werden. Jedoch eure Ehre ist unbefleckt. Ihr versteht nicht. Er stahl nicht nur meine Frau aus dem Gemach. Er nahm auch das purpurne Banner, das Zeichen unseres Hauses. Ohne das Banner bin ich entehrt. Kein Feind konnte es uns je entreißen. Nun dient es einem Verräter als Trophäe. Ich werde ihn finden, Herr. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ja. Hey, Erfahrungsbukte erhalten. Stufenaufstieg. Oh, da hatte ich den Stufenaufstieg schon letztes Mal und hab ihn verpeilt. Das ist eine bessere Rune. Ja. Feuertänze sind tolle Waffen. Das stimmt allerdings. Vor allem wegen ihrer Geschwindigkeit. Ist die Frage, pumpe ich jetzt den Bogen oder gehe ich noch eine Stufe erst in der Heilmagie hoch? Ich werde erst mal eine Stufe in der Heilmagie hochgehen. Da kann ich nämlich den Heilzauber benutzen. So, hier war es wieder ein Punkt. Die Rune befiehlt. Zu Befehl. Auf dem Weg. So, du kannst, glaube ich, irgendwo unten lang gehen. Den Weg hier zum Beispiel. Zu euren Diensten. Können wir doch mal die Karte ein bisschen aufdecken. Also ja, vor dem Lager sind wir sicher, so wie es aussieht. Unverzüglich. Müssen eigentlich nur noch die hier ausschalten. Und ja, mit dem mache ich nochmal einen Rundflugsabstecher. Man merkt halt, der Avatar hat um einiges mehr an Sichtweite als jetzt zum Beispiel die Helden und die normalen Truppen. Wird sofort ausgeführt. Ich schätze aber mal, bei unseren Jäger ist es mittlerweile Ebbe, oder? Ja. Die Rune ruft schon unterwegs. Oh, da ist noch ein Goblinschwertkämpfer, der doch was zu tun dann hat. Dorthin. Gut. Okay. Hier, sofort. Schnell. Mein Name steht bereit, um die Besatzungstruppen hier in der Festung auseinanderzunehmen. Auf meinen Befehl. Kämpft, Männer. Es sind zu viele. Ja, vorwärts. Folgt mir. Schnell. Tag. Mir nach. Jetzt solltet ihr dich einfach die Tore aufziehen lassen. Elend schnell wie ein Pfeil. Feinde. Auf meinen Befehl. Zu den Bögen. Vorwärts. Au. Wehrt euch, Schwestern. Auf mein Zeichen. Feinde. Zu den Bögen. Elend züben. Auf meinen Befehl. Wehrt euch, Schwestern. Auf meinen Befehl. Auf meinen Befehl. Bereit. Sofort. Mir nach. Für den Orden. Die Rune ruft. Auf den Weg. Wir sind in Gefahr. Hier. Schnell. Das war ein unserer Burg. Schützen. In die Schlacht. Leben. Ja. Vorwärts. Wir sind in Gefahr. Sofort. Du hast eine Gegenstand bei dir? Sofort. Ein beschlagener Ringplatz. Zu euren Dienst. Zu Befehl. Ein beschlagener Ringplatz. Ah ja, okay. Tragen wir ja gerade einen. Du könntest aber einen tragen, oder? Ja. Du trägst doch so ein Teil. Du trägst doch so ein Teil. Ja. Ja. Du trägst doch so ein Teil. Ja. Du trägst doch so ein Teil. Ja. Du trägst doch so ein Teil.